hey leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen video und dieses video ein bisschen anders ich habe schon auf youtube gesucht es ist es habe ich echt irgendwie schockiert so tausende youtubers streamen gerade von roblox roblox server sind down wort welche roblox server sind down keine ahnung ich kann jetzt nicht auf twitter schauen was da los ist ich wollte über eine ansage machen das ist also ankündigen das jetzt so ist vielleicht auch drei tage dauern vier tage dass er zu lang kein roblox video kommt weil ich sozusagen kein video produzieren kann das wundert mich sehr ich kann mal zeigen hier wenn ich mich einlogge kostet ja ich in folge gehen soll und dann halt das passwort aber dann geht ja noch login das ist nicht ihr passwort nein es geht nicht es wundert mich sehr es ist am anfang angst dass ich es entdeckt habe ok könnte meinen könnte meinen accounts gebannt sein dann bin ich auf den account von mino gegangen genau nicht dann ich habe nicht ich habe gerade mal wieder arbeiten ich habe immer ein roblox hier ist roblox down doch da rula ist weil ich darauf lecker roblox down roblox is down roblox back up playing and thing stream until roblox is back roblox down live status report streaming until roblox is working roblox is down live stream roblox piggybook roblox is back okay aber das ist alles da und das sind tausende sachen ja das ist sehr schlimm ja ich würde es immer wieder da haben haut rein tschau tschau und wenn der roblox steht wie gesagt macht euch keine sorgen der eurer account ist nicht geld tschau ja 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 ja